Also bis vor kurzem war die Zuckerrübe die Königin der Frucht bei uns. Man wusste, man konnte mit ihr Geld sicheres Geld verdienen und man hatte eine sichere Einnahmequelle. Man wusste, man produziert mit einem Hektar für 70 Menschen Sauerstoff. Also wenn die weiter verfallen, die Preise, kann das in fünf Jahren das Aus sein, eine Zuckerrübe. Ich habe miterlebt, dass sechs Rübenfabriken alleine hier im Rheinland geschlossen haben. Sechs, wo ich selber schon als Kind gewesen bin, die weg sind. Und macht eine Fabrik zu, sie wird nicht mehr aufgemacht. Und wir müssen mal sagen, es hängen über 10.000 Arbeitsplätze dran. Nicht nur der Landwirt, sondern vorgelagert die Maschinenindustrie, der Saatgut und auch die verarbeitende Industrie und auch der Handel.